Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clash of Clans und erstmal alles Gute zum Geburtstag Partypot. Ich hoffe, ich habe das richtig mir gemerkt, was du heute Geburtstag hattest. Und yay, wir haben wieder jede Menge Gebüsche hier, die wir abbauen können. Und ich habe einen Weihnachtsbaum, unter dem eben sogar ein Geschenk gelegen ist. Da lag nämlich eben jede Menge an Elixier. So, die anderen Sachen können wir aber abreißen. Die Weihnachtsbäume lassen wir auf jeden Fall jetzt da. Und die anderen Bäume lassen wir hier auch mal. Also quasi alles, was schon ein bisschen in die Richtung geht. So, die lassen wir alle da. Passt. Dann gucken wir mal in den Clankrieg. So, wir haben Kampftag. Mal gucken, was wir uns hier raussuchen können. Ne, ist mir zu schwer. Haben wir nicht irgendwas, wo ein bisschen... Oh, die haben ja alle recht wenig Punkte geholt. Dann gucken wir uns mal das hier an. Ja, wie es aussieht. Ich suche nur noch mal kurz auf da oben. Ja, das sind Truppen drin, okay. So, dann machen wir es aber auch mal hier an den Angriff. Das müsste ja eigentlich machbar sein. Ja, komm, besser als ein Stern. Das kriegen wir noch hin, oder? Als erstes würde ich mal sagen, locken wir hier die Truppen da raus. So. Haben wir es jetzt alle erwischt? Was? Nein. Was? Ist das eine Walküre drin, oder wie? Wow, so, jetzt haben wir sie aber. Go, go. Die eine Walküre war ein echtes Problem. Die habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Machen wir mal hier noch einen hin, zur Not am Ende. Für die letzten paar Punkte so. Okay. Nachdem der Kampf jetzt irgendwie wieder mal wieder abgebrochen ist. Ihr seht es ja gerade selber. Also ich werde das mal eher weniger Videos hier machen. Ich werde es immer mal wieder probieren, dass es lustig läuft. Aber ihr seht es ja selber. Also es läuft ja alles andere als wirklich stabil. Also ich werde es immer mal wieder probieren. Aber das ist ja... Vielleicht liegt es an dem Weihnachts-Update. Ich kann es mir nicht erklären, woran es gerade momentan liegt. Aber ihr bekommt es ja gerade in den Videos selber mit, wie oft das jetzt hier gerade abstürzt. Ich baue vielleicht nochmal gerade den Turm hier aus. So. Und natürlich wieder mal die beiden Minen. So. Also ich gucke mal, ob das dann vielleicht... Das Weihnachts-Update läuft ja jetzt auch nicht mehr so lange. Ob es danach irgendwie wieder ein bisschen besser läuft. Bis dahin werde ich es immer mal wieder probieren. Und ansonsten muss ich eben gucken, ob ich das irgendwie auf andere Weise vielleicht wieder hinkriege. Aber so ist ja kein Kampf wirklich möglich. Ich bilde jetzt nochmal wieder ein paar Truppen aus. Und hoffe, dass es jetzt noch ein bisschen stabil läuft. Bis zum Ende der Folge zumindest. So. Das ist ja auch nicht mehr lange hin bis Weihnachten. Ich bin mal gespannt, wie lange dann die Weihnachtsbäume hier noch bleiben. Es sind ja jetzt nur noch vier Tage. Ich hoffe, da wächst nochmal ein paar Geschenke daran. So. Jetzt habe ich die erstmal alle upgradeet. Die Teile bauen sich hier. Und mal gucken. Da schaue ich mir doch nochmal ganz kurz die Verteidigung hier an. Huch. Wollte ich gar nicht teilen. Mal angucken. Ich hoffe, es geht jetzt. Yay. Hm. Okay. Hier unten sind sie reingelaufen. Ach, okay. Die ganzen Fallen waren hier schon ausgelöst. Na, okay. Jetzt ist es klar, dass alle durchmarschieren. Aber anscheinend lösen sich die Fallen auch echt nur einmal aus. Weil hier unten ist ja auch gar nichts passiert. Also irgendwie. Hm. War ja auch der zweite Angriff. Na gut. Dann muss ich nochmal ein bisschen überlegen, wie ich das hier umbaue. Aber dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielleicht funktioniert es dann auch nochmal wieder. Ansonsten wird es noch ein bisschen dauern, bis die nächste Folge kommt. Aber ansonsten schon mal schöne Feiertage von mir aus hier. Also dann, ciao, ciao.